Willkommen bei einer weiteren Folge Chinma Volante. Bei mir heute wieder Ralf. Hi Ralf. Hi du. Hey. Hey ho. Wir sprechen heute über Midsommar, nachdem wir letztes Mal über Hereditary gesprochen haben. Der zweite, nehmen wir einen Horrorfilm trotzdem, so wird der so ein bisschen angepriesen zur Halloween-Zeit hier im Oktober. Dir hat ja Hereditary gefallen und da haben wir gesagt, komm, machen wir direkt Midsommar. Und Fazit, ein Wort nur, wie war der? Ja? Sehr gut. Gut. Genial. Geil. Das freut mich. Dann kommen wir auch gleich dazu, ob der besser oder schlechter war. Ich meine, man kann sie vergleichen, man kann es auch nicht, muss es nicht. Aber wir werden es tun und ich gebe mal ganz schnell den Inhalt wieder. Wir haben Florence Pugh, die spielt hier die Danny. Sie hat einen Freund und eine Schwester, die bipolar ist. Um die macht sie sich Sorgen. Diese bringt sich da am Anfang direkt selbst um. Die Eltern nehmen sie auch gleich mit. Und daraufhin fliegt sie mehr oder weniger eingeladen mit ihrem Freund und ihren Kumpels. Was sind die auf dem College? Oder wo schreibt man so eine Diplomarbeit? College, ne? Wahrscheinlich. Ja, das Bildungssystem in Amerika hat sich mir auch noch nicht so ganz erschlossen. In dem Fall nach Schweden düsen, weil er da eine Diplomarbeit schreiben will. Der, äh, äh, Josh heißt der, genau, der Schwadde. Mhm. So. Und da passieren dann ganz crazy Sachen, was sich da in einer Art Sekte befinden, nenne ich es jetzt einfach mal. Äh, los geht's. Okay, ergänzend zum Inhalt. Ich hätte jetzt erwähnt, dass, äh, die Frau, um die es, äh, am Anfang schon geht, in einer Beziehung ist und ständig mit etwas konfrontiert wird, das sie aber nicht wirklich wahrhaben will. Und, äh, sich dennoch von dieser Beziehung nicht lösen kann. Und, äh, letzten Endes, irgendwann mal zum Ende des Films es dann eben doch schafft. Wenn man den Film kennt, muss man jetzt vielleicht lachen, von wegen, die Art und Weise, wie sie sich dann löst, in Anführungsstrichen. Ähm, ähm, jedenfalls, äh, wie kommt es dazu, dass sie das dann schafft? Äh, weil sie in die Gesellschaft, in diese Sekte, die du gerade erwähnt hast, äh, voll integriert wird. Sie wird ein Teil davon und ist dann auch nicht mehr alleine und ist dann auch nicht mehr nur auf ihn fixiert gedanklich, was sie nämlich am Anfang ist. Sie ist so eine Frau, die auch ständig glaubt, an allem schuld zu sein, sich immer selber die Schuld gibt und so. Aber, auf, äh, auch wenn jetzt, man könnte den ganzen Film, ähm, als eine Art, ich sag mal, Märchengeschichte, in der die Danny die Hauptrolle spielt, darstellen, die in irgendeiner utopischen Welt landet. Und, äh, und dann irgendwo auch eine gewisse Veränderung mitmacht und am Ende scheinbar sogar glücklich, anscheinend sogar glücklich ist. Sie lächelt ja auch so und so weiter, ja. Ja. Aber, äh, aber den Film darauf zu reduzieren, das wäre auch sträflich, finde ich. Und deswegen, äh, habe ich gedacht, äh, ich gehe jetzt gar nicht so erstmal weiter auf die Danny ein und überlasse die jetzt auch sofort wieder das Wort. Und, äh, auch wenn ich mich dann gleich vielleicht wiederhole, wenn ich jetzt zu dem wieder was sage, was du jetzt erwähnst, ähm, und zwar schicke ich jetzt einfach mal das Thema voran, äh, Dunkelheit gegen Licht. Ja. Im Horrorfilm oder jetzt speziell bezogen auf diesen Film. Es ist, es fällt ja jedem auf, ne, es ist ja überdeutlich. So wird ja auch angepriesen, so Horror bei Tageslicht, das wird jedes Mal so als Catchphrase genommen. Mhm. Und hier ist es halt so, am Anfang, ne, fand ich jetzt, ich fange einfach mal wieder bei Anfang an, ich meine, du hast jetzt ja auch gar nicht so viel, du hast ja eigentlich nur den, wie du gesagt hast, den Inhalt nochmal wieder gegeben. Ja. Mit, äh, sagen wir mal, nochmal eine tiefe Ebene, eine leichte, ne, jetzt nicht unbedingt, aber so dieser rote Faden, der so mit drin ist. Ja gut. Und deswegen war jetzt ja gar nicht so viel, das war ja okay, das ist ja echt passend. Und, ähm, am Anfang sind wir so ein bisschen, gerade die Hereditary vorher gesehen haben und so wird es auch gewesen sein, die dann in diesem Film gegangen sind, voller Hoffnung, fühlt sich auch gleich daran, erinnert, so von der Ammosphäre, es ist erstmal dunkel, ein bisschen düster, Familiendrama, eine Art Horrorfilm, wir zeigen hier, wie die Schwester auch, ähm, sich selbst umgebracht hat, was auch grässlich aussieht, mit dem Auge und alles, wird schlimm dargestellt. Und dann kommen wir halt, wie du sagst, zu der Lichtsache und dieser Horror bei Tageslicht. Man kann auf jeden Fall schon mal zusammenfassen, dass es wie ein Trip ist und dieses ausgebrannte Licht, ne, es ist ja nicht so ein Sonnenüberstrahlen, man sieht eigentlich die Sonne nie selbst direkt, immer nur die Reflexion und das Licht und, die, wie es sonst immer ist, wenn die Sonne in so einem Objektiv scheint oder dergleichen, da wirken die Linien immer ausgefranst und so weiter, das ist hier nicht der Fall. Es wirkt sogar dann eher so ein bisschen, als würde die Farbe genommen werden bei den Gewändern und so weiter. Und es gibt ja noch mehr Sachen, die ja mit dem Licht eine Rolle spielen. Aber, wenn man den im Kino sieht, und das habe ich ja damals, konntest du jetzt leider nicht, aber trotzdem wird der Effekt ja stark gewesen sein, ist es so, man hat diese riesen Leinwand, alles ist richtig dunkel drumherum, und man hat die ganze Zeit, wie immer, in die Fresse geschienen mit diesem Leuchten, ne. Und das ist schon wie so ein kleiner Fiebertraum auf jeden Fall. Interessant, ich habe ihn leider nicht im Kino gesehen, aber so stark war der Effekt nicht, aber er war immer noch stark genug, um auf einige Punkte in Bezug auf dieses Licht zu kommen. Bevor ich das mache, ist aber wahrscheinlich auch noch erwähnenswert, dass durch diese Menge an Licht, wir als Zuschauer weniger gefordert sind, mit unserer eigenen Fantasie das Schlecht Erkannte in uns selbst zu vervollständigen. Und dadurch werden auch weniger Angst, also dadurch werden auch weniger Erwartungen erzeugt aus der Angst geboren. Du meinst so, was könnte da im Dunkeln sein, ne? Du meinst so, ah, man sieht da ein bisschen Dunkelheit, stellt sich da irgendwas vor? Was kommt das mit? Okay, ja, gut, ja. Genau, und stattdessen sehen wir, und ich hätte jetzt beinahe gesagt objektiv, die Wahrheit hell und deutlich. Ich meine, was du vielleicht gleich noch ergänzen kannst oder erwähnen kannst, ist inwiefern dadurch die Filme, die Dreharbeiten technisch schwieriger werden, insbesondere auch, weil das ja alles draußen gefilmt wird, weder in einem Studio noch in irgendwelchen Häusern. Aber bevor du darauf eingehst, und du hast es ja auch schon erwähnt, in Bezug auf die Kleidung, also in diesem Licht verschwimmen diese farblosen Gestalten der Herde, also so bezeichne ich jetzt mal die Sekte, zu einem Ganzen. Ja, die Individualität der Einzelnen zu einem Nichts. Ja, umso mehr fallen echt diese, das wollte ich auch noch, wie diese, die Besucher halt auf, ne? Ja, genau, genau, genau. Das brennt sich dir ins Auge, ne? Ich hab dir die ganze Zeit, und diese Klamotten, die sie tragen, und diese Gestalt, wie sie sich geben und so, die sehen richtig, eigentlich ist genau das Gegenteil. Ich denke auch so, Leute, haben wir die weg, weil das ist so richtig ekliges Amerika-Klischees, die da rumlaufen, nichts mit sich anfangen können, sehen aus wie Störfaktoren. Und sie sieht so richtig so, eigentlich sind die leblose Hüllen nur diese dunklen Klamotten in diesem Licht, ne? Was man ja auch eigentlich nicht trägt, da sieht man so jenen, die sind so, haben keine richtige Farbe mehr, man denkt so, man sieht jede Schuppe drauf und so. Also jedes Mal, wenn man die so im Bild sieht, fällt einem das so richtig, sticht einem das ins Auge, ne? So schmerzhaft, ja, genau. Ja, wobei eben die Besucher sind immer noch individuell erkennbar, während jetzt bei den anderen, bei den Dorfbewohnern, eben auch versteckt durch die uniforme Kleidung, also alle tragen das Gleiche, ja, aber eben auch durch die Helligkeit, diese Individualität nicht mehr erkennbar ist. Das ist so wie eine große Biomasse, die da rumzappelt, ne? Und klar setzen sich dann die Besucher deutlich farblich, aber eben nicht nur die Besucher, sondern auch zum Beispiel die sogenannte, ich nenne die jetzt mal die Rothaarige, die dann also später mit dem Christian, äh, populiert, ja? Kannst du sagen, soll man das nennen, ne? Und, äh, die, äh, wird ja quasi jetzt für uns Zuschauer mit ihrem roten Haar regelrecht, äh, markiert. Aber da habe ich kurz eine Frage, wenn ich, glaube ich, dieser Küstchen, ne? Also ich sehe den am Anfang und ich denke da so, und hinterher dachte ich langsam, oder ist das sogar, dass der rote Haare hat? Kann das sein? Ja, ja, ja. Ja, und das fällt ja nie auf, erst bei diesem Licht kommt so alles zum Vorschein und da sehe ich erst so, dass er eigentlich so einen roten Ton, weil ich habe immer ganz starke Probleme mit Haarfarben und sowas alles. Und jetzt muss ich noch dazu sagen, eine Kleinigkeit, weil du erwähnst, bei diesem Licht und alles und weil er, also wie er da steht, um diesen krummen Rücken und komisch irgendwie so ein bisschen fettig irgendwie doch nicht irgendwie so, also den, ah, egal, erzähl weiter. Ich hatte vor, wenn wir das so ein bisschen strukturiert machen, weil ich sonst total durcheinander komme, ich bin anscheinend noch nicht so richtig wach. Wenn du jetzt dem folgst, was ich quasi vorgebe, wie jetzt, wo ich Dunkelheit versus Licht als Überschrift jetzt in dem Sinn als Topic genannt habe, ja, kommen wir dann gleich auch irgendwann auf den Christian ja sowieso aufzusprechen, ne? Indem wir die Personen durchgehen, die wir charakterisieren können. Und so viele Personen sind es ja nicht, ne? Ja, ich wollte es auch so ein bisschen auflockern zwischendurch, weißt du, wenn ich nur so alle Sachen reinwerfe, die nur so emotional ist, dann... Ja, nee, klar. Ja, aber wie gesagt, das Witzige ist, ich hätte sonst vielleicht auch gar nicht so drauf geachtet, ob der Typ jetzt irgendeinen roten Teint hat, aber tatsächlich ist es mir speziell auch aufgefallen. Jetzt nicht nur wegen der Rothaarigen, sondern ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich wegen der Lichtverhältnisse, ganz einfach, ne? So, und die Danny passt ja später mit ihren blonden Haaren, ja? Und wenn sie dann die gleiche Kleidung trägt, gut rein, ne? Also die geht ja optisch vollkommen auch darin auf, wenn sie integriert wird oder, um nicht zu sagen, assimiliert wird und ein Teil der Herde geworden ist. Sie sieht auch dann, sie sieht ja auch nicht so wirklich gut aus und dann sieht sie das erste Mal gut aus, mal abgesehen davon, dass sie glücklich wird auch dann, ne? Aber sie sieht das erste Mal auch gut aus, unabhängig davon, dass sie dann homogen ist in dieser Gruppe, ne? Sieht das erste Mal so gut aus, einfach, ne? Ja, nicht nur das, ich meine, das Mädchenhafte ist dann nicht mehr so stark da. Allerdings glaube ich, dass die Schauspielerin auch in der Lage ist, durch ihre Mimik tatsächlich dann einen anderen Ausdruck subtil rüberzubringen. Das kommt dazu. Das muss man auch sagen, ne? Nur vorher sind es ja diese Schlabberklamotten, ne? Und sie sieht halt, wie du sagst, da sieht es ja mehr aus wie ein Junge als wie ein Mädchen, so, wie sie geht, was sie anhat und so, ne? Und dann so unstylisch, sage ich jetzt mal, ne? Wie so, ich sitze gerade vor der Couch und gucke halt RTL 2, ne? Vielleicht bin ich da weniger anspruchsvoller als du, aber, äh... Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, ich sage nur im Gegensatz zu denen, wenn sie jetzt so eine Robe trägt, ne? Nein, nein, du hast recht, du hast vollkommen recht und, äh, da, als ich, als mir das aufgerichtet, weil es war mir noch nicht so ganz klar, dass das Absicht ist, ne? Verstehst du? Ich dachte nur, hm, ne? Weißt du, mir ist das sogar aufgefallen, dass nach diesem langen Flug, den sie hinter sich hatten, die kamen ja aus den USA, ja, bis nach Schweden, so. Nach diesem ganzen langen Flug, dann noch nach dem Drogenkonsum und sechs Stunden Schlaf in der Natur, auf dem Rasen, die dann zum ersten Ritual gegangen sind oder Zeremonie und sie immer noch die gleichen Klamotten anhatte, die ganze Zeit über. Im Flugzeug, dies, das und so weiter, ne? Auf sowas achte ich normalerweise gar nicht. Aber weil sie eben so komisch schlabbrige Klamotten anhat, ne? Da habe ich sogar noch gedacht, boah, Ralf, was bist du für ein Schovi, ne? Lass die Alte doch rumlaufen, wie sie will, ne? Vielleicht ist sie stolz auf ihre dicken Beine und will sie noch betonen. Alter, ja, gut. Ja, aber wie du sagst, das geht ja, ich meine, das drückt ja auch immer das Äußere, so ein bisschen Persönlichkeit aus oder den Zustand und ihr ist immer alles egal jetzt, wie sie aussieht, was sie alles erlebt hat und dann ist das ja nur noch Nebensache, ne? Und das ist ja so, dass alles die Charaktere auch zeigt, ne? Ich meine, die sind wie Penner, ganz ehrlich gesagt. Unabhängig davon, dass man Angst haben muss von den Sekten oder was die da machen, ob man es gut findet oder nicht, sind das alles Penner quasi. Oder Arschlöcher auch, ne? Die wollen ja nur sie im eigenen Nutzen, sind sie da irgendwie. Der eine pinkelt einen Baum, okay, das wusste nicht, aber es ist trotzdem assi, dies, das und so, ne? Die sind ja alle, äh, einfach egoistisch nur. Genau das Gegenteil von dem und irgendwie. Das ist ja das Interessante daran. Ja, 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 ja. Gut, ähm, ich meine, äh, um es für mich mit dem Licht abzuschließen, äh, es ist halt so, und du hast es ja ganz toll gesagt, äh, ich wusste nicht, dass das im Kino so stark rüberkommt. Dass die Zuschauer sogar regelrecht geblendet werden, aber nicht nur vom Licht, ja? Diese Herde, ich darf jetzt weiter Herde sagen, ne? Weil, ich weiß nicht, wie ich die sonst bezeichnen soll, ich meine, diese totalitäre Dumpfbackengesellschaft, jetzt, da habe ich nichts anderes, äh, keinen Begriff für, sozusagen, soll ich sagen, das Dorf, dann assoziiert man automatisch ein, ein, eine, eine lebendige Gesellschaft, sozusagen, ja? Äh, und, und keine, keine Gruppe, keine Herde von Untoten. Kommune vielleicht? Kommune? Was? Kommune? Kommune, ja, das ist auch, äh, ein guter Begriff. Aber Herde, Herde finde ich aber cool, nenn sie ruhig Herde, finde ich geil. Ja, okay, Herde. Die weiße Herde. Ja, auch die blendet ja die Besucher, durch ihre Freundlichkeit und so weiter, und später wird dir erst klar, welchen Zweck diese heimtückische Manipulation erfüllen soll, ne? Ja. Das ist ja, äh, erstmal noch nicht so ganz klar. Oder hattest du da schon ganz am Anfang die Ahnung, oh, oh, die sind ein bisschen zu freundlich? Ja, natürlich. Also erstmal ist ja so, diese Erwartung wieder, ne? Horrorfilm war der erste Teil, der zweite auch, dann immer diese Sekten, irgendwas haben die vor, und dann dieses Überfreundliche, oh, das ist immer ganz gefährlich. Und das bleibt in dem Film konstant. Und das ist ja so ganz schrecklich. Jetzt so wenig dann, wenig ich auch die, äh, Hauptcharaktere, die Protagonisten aus Amerika da, ähm, abkann, aber genauso wenig auch diese Kommune, weil, oder diese Herde, weil diese sind auch so schrecklich, wie die Nettigkeiten, jedes Mal weißt du, boah, die sollen jetzt lieber durchdrehen, aber sie tun's ja nicht und bleiben ruhig, ne? Das ist ja das Schlimme auch, wenn sie irgendwelche Sachen sagen und sie doch so ein bisschen lauter werden. Die Amerikaner bleiben immer ruhig, erzählen ihren Quatsch und sind so eklig freundlich, ne? Daran sieht man aber auch, dass die sich ihrer Sache recht sicher sind, auch, ne? Tausend Mal schon gemacht, ja. Weil die, das ist eine Maschinerie, pock, 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 die läuft im Gleichtakt ohne Unterbrechung, in einer gleichen Weise, äh, das vermittelt irgendwo schon, dass man überhaupt keine Chance hat, dem zu entgehen, ne? Ja, das ist dieses Gruselige, ne? Dieser Unterton, die Subtile, die ganze Zeit, ne? Aber auch diese ganzen Perverso-Filme, die man so kennt, diese ganzen Filme, die wahrscheinlich irgendwie, ich sag's mal ganz krass, Leute mit Nekrophilie befriedigen sollen, sag ich jetzt mal so, ne? Da sind die auch manchmal so freundlich, ne? Das steht ja dann irgendwo immer im Gegensatz zu dem, was sie da gerade machen, ne? Ja. Die ritzen dir dein Bein auf und sagen, Kille, Kille und so ein Schwachsinn. Kennen wir ja noch, ne? Von Maniac. Ja, zum Beispiel, genau, ja. Unfreundlich war der ja eigentlich auch nicht, oder? Stimmt, stimmt. Zu großem Punkt, da war ich ein smarter Typ. Wir können ja dann, äh, auf die Herde näher eingehen, denn, ich sag mal so, ich glaube, dass dieser Film eben nicht nur so eine Art, ha, wie soll ich sagen, äh, ja, vielleicht kann man, wenn man, äh, die, dieses Dorf in Schweden als eine Art Utopie sieht, äh, als eine Art, äh, andere Welt, das Ganze sogar irgendwo schon als Märchen teilweise bezeichnen. Ja, das hast du am Anfang gesagt, mit dem Märchen, das fand ich gut eigentlich, das fand ich gut, ne? Okay, und, äh, dennoch geht es, glaube ich, auch insofern, also darüber hinaus, als dass hier doch auch eine Gesellschaftskritik, äh, da ist, die sich auch an uns richtet, oder? Also total, das meinte ich ja auch, mit den Leuten, die uns ja quasi darstellen, unsere Gesellschaft, und ich auch alle nicht abkann und wie sie sich da benehmen und wie die drauf sind und alles, ist es eigentlich, kann ich gar nicht mit denen sein und muss fast schon der Kommune manchmal recht geben, der Herde, aber dann ist die Herde ja auch wieder das, die macht auch wieder extrem, also gerade zum Schluss hin, weil, ich meine, das fängt ja an mit der ersten Szene, wo man ja denken müsste, so, okay, hier ist schon heftig, ist ja, wenn die, ähm, die 75, 72-Jährigen, glaube ich, ne? Ist ja dieses dann, wo die sich dann umbringen, also ihr Leben beenden und darunter fallen. Da drehen die alle durch und denken, what the fuck und so, ne? Und das ist ja auch so geil dargestellt, auf einmal diese Brutalität, schonungslos, ne? Ähm, und da denken sie ja, eigentlich ist das falsch, Mensch, aber die begründen es so gut und so ganz ruhig, oh, wir hätten das sagen sollen und überhaupt, und eigentlich ist es ja auch das, ich finde das ehrlich gesagt auch ganz gut, vielleicht nicht so in der Art, aber, ne, dass einer selber entscheidet, ich möchte nicht mehr leben und, ne, weil ich mir, bevor ich da nicht mehr gehen kann, sprechen kann, denken kann oder dergleichen, dass ich sterben will und das soll jeder selbst entscheiden, klar, da machen die das mit einer Abgrenzung wieder, ab dem Jahr, aber gut auf der anderen Seite, bis man es noch entscheiden kann und das ist dann auch wieder schwierig, da wird einem das auch wieder vorgehalten, ja, nein und so, ne? Oder was hast du gedacht, so? Oder wieso rennen die da nicht weg, weil sie denken so, okay, das ist ja zu heftig, wir hauen jetzt ab? Das ist die Kernfrage, glaube ich auch, die ist ganz wichtig, die ist mir jetzt geradezu umfassend, da gehe ich aber gleich noch drauf ein, also das ist natürlich der Kasus Knacksus, den du gestellt hast, ganz klarer Fall, dass sie nicht weglaufen, beziehungsweise auch sich nicht mit diesen Leuten jetzt, sagen wir mal, kritisch auseinandersetzen, da ist zwar dieser eine Simon aus London, der da ein bisschen rumkrakehlt, die auch weg wollen und so weiter, das versuchen ja auch, ja, aber andere Reaktionen gibt es nicht, da ist hier zum Beispiel der Marcus, der hat sich ja sonst immer ziemlich stark irgendwo auch eingesetzt, sagen wir mal, den Christian zu moralisieren, so nach dem Motto, hey, was machst du mit deiner Freundin und so, ja, da mischt er sich ein und so weiter, hier nicht, wobei er ja jetzt auch... Achso, Entschuldigung, warte mal, du meinst Pelle, meinst du, oder wem meinst du jetzt, oder meinst du den... Nee, ich meine jetzt Marcus, der... Marc, der an den Baum pinkelt, ne? Genau, genau. Das ist Marc, okay, passt, Entschuldigung. Der hat ja am Anfang irgendwo seinem Kumpel schon gesagt, hey, jetzt mach endlich Schluss und so weiter, was machst du da und so, ne? Er hat sich also schon eingemischt, ne? Er hat nicht gesagt, so, das ist jetzt nicht meine Beziehung, also geht es mir nichts an, sondern hat sich da schon, ne? Nur jetzt gerade jetzt zu diesem Ritual konnte er ja auch nicht viel melden. Da war er nicht da. Weil er da ja verpennt hat, ganz genau, ganz genau, ne? Da war er nicht da, das ist ja interessant, oh ja. Aber, ähm, also letzten Endes, wenn man jetzt so diese Dorfleute sieht oder diese Herde, wir lernen ja niemanden wirklich kennen aus dieser Herde. Ich meine, aus dieser Gruppe, äh, lernen wir auch eigentlich hauptsächlich, äh, Danny und Christian kennen, die sind ja auch sehr wichtig, wie ich gehört habe, ist es so, dass in der, äh, längeren Fassung, äh, die anderen doch mehr zum Tragen kommen. Okay. Die anderen Besucher, übrigens, äh, du hast gesagt, diese, äh, dieses Directors Cut, was später rauskam, äh, wäre, äh, fast drei Stunden lang, ja? Ist ja auch richtig. Aber weißt du, wie viel der ungeschnittene Film, wie lang der, äh, 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 total ungeschnittene Film ist? Äh, gibt's noch längere Version, meinst du? Ja, okay, okay. Das glaubst du gar nicht. Sag mal. Vier Stunden. Ah, krass. Vier Stunden. Ja. Ja, das kann gut sein, weil er will seinen nächsten Film machen und er sagte nur, in seinem nächsten Film, er weiß nur, dass er auf jeden Fall vier Stunden lang ist und eine Komödie wird. Also, ich weiß nicht, ob er das ernst gemeint hat, aber, ne, so Ari Aster, aber, ja gut. Ich bin froh, dass der noch weitere Ideen jetzt schon frisch in petto hat, damit's weitergeht, weil ich find den geil, ich bin gespannt, was der als nächstes durchzieht, ja? Auf jeden Fall. Aber gut, also diese Gesellschaft, äh, ist ja stark systematisiert und die braucht natürlich auch sowas wie Machtstrukturen, ist klar, ja, irgendwo, äh, die werden von Einzelnen besetzt, aber die sind nicht mehr sichtbar für uns. Wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wer was da zu sagen hat und so weiter, ne? Also, wir kriegen nicht nur mit, nicht mit, äh, die einzelnen Charaktere, wie sind die alle, wenn so, wir lernen überhaupt niemanden richtig kennen, auch die Rothaarige lernen wir nicht kennen, was ist das für eine und so, ja? Und, äh, aber auch die, äh, innerhalb dessen, also diese ganzen Machtstrukturen oder wie auch immer, ja, äh, alles hat sich einem Prinzip unterworfen und wir, wir kriegen nur die Rituale mit und so weiter, aber, äh, äh, ansonsten sehen wir nur diese homogene Masse, ja? Ja? Und die Mitglieder unterscheiden sich hauptsächlich darin, in welcher der vier Phasen ihres Lebenszyklus sie sich gerade befinden, ne? Sie schlafen gemeinsam, tragen die gleiche Kleidung, essen gemeinsam. Also, die Kinder sind auch nicht bezogen auf die Mutter oder so, sondern alle ziehen die Kinder auch, ne? Dass sie die Mutter auf die Mutter, so, das ist auch, deswegen, es gibt halt keine Individuen, dass du jetzt, ne, was du jetzt sagen willst, natürlich, ne? Es ist so. Genau, du hast es auf den Punkt gebracht, ganz klar und, äh, was ich auch gemeint fand, war, selbst das Essen, ja, also, wird quasi ritualisiert, ne? Wann sie sich hinsetzen, dann greift einer zum Besteck und dann alle so gleichmäßig. Ja, geil gemacht, ne? Und jeder hat den Scheiß gleich einen Haufen auf dem Teller, egal, was sonst so auf dem Tisch serviert ist, ja, alle gleich und in einer Reihe und so weiter und so fort, ne? Äh, aber irgendwo kennen wir das ja auch, ne? In, in einem, ja, anderen Maß, aber wir kennen auch die Kleidungs-, Kleiderordnung, ja? Solch ins Restaurant kommt man auch nicht mit einem Blaumann. Gut, deswegen wird man wahrscheinlich nicht rausgeworfen, aber Essmanieren zum Beispiel und so weiter, das, das gibt es ja bei uns auch. Ja, klar, Rituale haben wir auch, ja. Das sind ja auch, ähm, so Sachen, ne? Äh, äh, und, aber nicht alles passiert gemeinsam. Also, äh, schon das meiste, aber manche Sachen gehen ja auch nicht gemeinsam. Zum Beispiel jetzt, sag ich mal, bei dem ritualisierten Selbstmord. Das sind einzelne Personen, die sich da runterwerfen. Oder jetzt, wenn die Rothaarige begattet wird und so weiter, ja? Dann haben wir es also mit Einzelaktionen zu tun, aber die Gemeinschaft wird trotzdem nicht unterbrochen. Also unterbrochen wird, ich sag das jetzt mal so, erklärt sich von selbst, was ich meine, und zwar unterbrochen wird, das Ich-Prinzip, äh, jetzt mal jetzt in Bezug auf diese sexuelle Handlung, die da mit der Rothaarigen durchgeführt wird, ja? Ja, und wenn die dann alle so da drumherum stehen und mit, äh, mit, mit, mitstören oder keine Ahnung was noch alles, ja? Dann ist das eigentlich so kein Akt von, ich sag mal, äh, sozialen Voyeurismus, ja? Der scheinbar wie ein unterhaltsames Schauspiel ist, bei dem quasi das Private, ja, in eine Art Arena gezehrt wird. Du meinst, wie so eine, wie heißen denn diese Orgien, die stattfinden, diese Gesellschaften und das alles? Ja, genau. Jeder mit jeden und so, wie bei Eisweitschatten, sowas ist eben nicht, was du meinst, so ein Fetisch. Ist es eben nicht, ne? Es geht auch um mehr, es geht nämlich, das Ich-Prinzip der Gemeinschaft vollkommen, äh, zu unterwerfen, ja? Also, dass da auch erst gar nicht großartig so ein Ich-Prinzip hochkommt und so weiter. Gerade bei dem Extremsten, ne, bei Emotionen und Leidenschaft, bei Emotionen, Gefühlen und so, ne? Ja, bei einer höchst privaten Sache, ja, wird es trotzdem in Anführungsstrichen öffentlich und, äh, die anderen haben Anteil irgendwo auch daran und es wird der Gemeinschaft sozusagen unterbrochen. Du, vielleicht sind die Leute schon so in dieser Gemeinschaft aufgegangen, dass sie es auch gar nicht mehr anders können. Ja. Dass sie das brauchen, dass dann da einer die Hand hält, äh, während sie da, ähm, Sex haben und so weiter und so weiter, ne? Ja, ich fand das, ja, Entschuldigung. Ja, nee, sag. Weil ich finde auch, die sind, natürlich reflektieren die diese eine Person und dieses Gefühl und potenzieren das dann ja auch irgendwie dadurch. Und, ähm, das sehen wir dann sofort, wenn sie, ähm, Silvia erwischt den Christchip bei diesem Akt, den wir die ganze Zeit hier, äh, beschreiben. Mhm. Dann rennt sie ja weg und sie schreit und weint, was ja schon den ganzen Film zwischendurch mal übermacht und atmet. Und das ist das erste Mal, in dem die ganzen anderen Frauen dabei sind und sie auch wieder reflektieren und das mitmachen. Und sie machen ihren Schrei und ihr Atmen nach. Und das ist ja eigentlich total was Positives sozusagen, weil dadurch, dass andere das mitleiden, in Anführungsstrichen, und es vielleicht sogar so tun und immer mitmachen, ist es für sie leichter. Das ist so ganz klassisch, so geteiltes Leid ist halbes Leid. Und dass es auch gemeinschaftlich ist und dass du nicht alleine bist in diesem Schmerz und wir sind da und wir können dich nachempfinden und dadurch, dass wir auch einfach das mitmachen, ist es für dich weniger, äh, ähm, schwer und, und, ne? Also, und genau wie bei einem Sex das, weil es ist ja ihr erstes Mal und vielleicht auch schmerzhaft und so weiter. Und dass sie auch ihren Schmerz wiedergeben, da ihre Hand und dann wie so ein Sprachrohr über sie ist und die sich wirklich schon so miteinander leben und dass sie ja wirklich ein, ein Organismus sind und sich verstehen. Dass du ja sagst, dass nicht nur, dass einfach nur nachmachen, sondern die wirklich das schon spüren, so heftig ist das da, ne? Also, ja klar, das ist echt krass und das fand ich so positiv wie auch verrückt wieder, ne? Also dieses Extrem, ne, zum anderen. Ja, ähm, du bist ziemlich objektiv, wenn du das so sagst, weil eigentlich würden wir doch mit unserem individuellen Bewusstsein eher davor zurückschrecken. Aber so wie du das sagst, bringst du ja Verständnis dafür auf. Auf jeden Fall jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil das wieder zu privat ist, aber dieses mit diesem Schmerz umgehen, ich meine, eine Psychotherapie, da mit jemandem zu sprechen oder das irgendwie, ne? Aber dieses richtig rauslassen, ne? Und dieses Miteinander und viele sind da, das glaube ich hat, kann einen richtig guten Effekt haben auch, ne? Hm, aber sie hat ja überhaupt keinen Raum auch für eigene Entscheidungen gehabt, das heißt, die Wahl auf den Mann, die hat nicht sie getroffen. Letzten Endes fiel die Entscheidung durch eine, ja, vermeintlich objektive Beurteilung, astrologisch basierend auf astrologischen Daten. Achso, ich meinte jetzt, Entschuldigung, ich meinte jetzt aber, ähm, Danny, dass sie, wenn sie schreit und so, das ist da einen guten, psychologischen... Ja, ja, nee, okay, ja, ja, die Szene... Also bei der anderen habe ich so nichts, weil die ist ja schon mittendrin und so, und da ist dann nur wirklich der körperliche Schmerz. Ja, ja, der Rest ist ja alles, wie die gesagt haben, das muss so sein und... Ja, ja, mein Gott, das habe ich gerade für eine Millisekunde durcheinander gemacht, obwohl ich dir schon richtig gefolgt bin. Ich wusste schon, was Sache ist. Aber ich bin dann gedanklich jetzt zum Schluss automatisch von Danny auf die Rothaarige wieder gesprungen. Kannst du mal sehen, ne? Aha, auf die Rothaarige sprungen, ich verstehe. Aber, äh, jetzt mal abgesehen davon, äh, dass, äh, du hast ja auch schon gesagt, äh, dass die überhaupt kein individuelles Bewusstsein mehr haben, ja? Äh, dass ich sozusagen irgendwo verschwunden ist und so weiter. Ja, also der Witz dabei ist, dass all die Rituale und Vorgehensweisen einen Zweck erfüllen. Auch beim Zweck, äh, auch beim Sex steht der Zweck der Fortpflanzung im Vordergrund. Und insofern, äh, also einem, äh, rationalen Prinzip folgend. Es wirkt dennoch total absurd auf mich, ne? Weil, äh, das Wesen und das Glück des Einzelnen bleibt doch dabei auf der Strecke. So, dadurch ist es für mich, äh, trotz aller Rationalität und, und, und Zweckorientierung, ja, total irrational. Äh, äh, ich meine letzten Endes die Existenz, die reine Existenz der Gemeinschaft, ne? Und, 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 und deren Fortbestand steht über allen Interessen des Einzelnen, ja? Welchen Grund hat der Einzelne überhaupt, äh, sich dieser Gemeinschaft hinzuzufügen, sozusagen, ja? Ja. Und, ähm, deswegen würde ich es, äh, eher ablehnen, sozusagen. Deswegen sehe ich das eher als was Negatives, sozusagen, ja? Ja, auf jeden Fall. Das ist halt, ich meine, ich denke da auch immer an diese anderen Sekten, die es gibt, die sich dann, ich meine, man kann schon Religion auch nennen, die sich immer für was Größeres und ihr selber keine Bestimmung und Glück finden. Und gerade das sind ja meist die verlorenen Seelen auch. Ich meine, gerade auch diese Selbstmordsekten, die es schon immer gab oder andere Sachen, die sich dann sowas brauchen, weil es anders nicht geht und sich dann wohlfühlen mit anderen, ne? Ja, und das ist dann irgendwann durch Genetik, Generationen, ich meine, wenn das schon so lang gibt, ne? Design ist ja schon so lange, ist das schon so, eben dieser eine Organismus so entstanden, ne? Und ob es das Gegenteil ist eigentlich vom eigentlichen Menschsein, aber dafür das Positive im Sinne von, wir haben uns in die Natur perfekt mit eingebunden, ne? Weil wir auch irgendwie aus der Natur entstehen, ist das natürlich interessant. Und was du sagtest mit dem, dass sie sich selber aufopfernden kann, Individuum sind, sieht man ja schon daran, im Extrem und in dem Finale, als sich da, wenn sich die Leute freiwillig wählen lassen und dann auch einen Tod wählen, eine Aufopferung mit einem der schlimmsten Tode sich verbrennen lassen bei lebendigen Leibe. Und dann schreien die ja auch draußen mit und reflektieren das und erleben das mit und so, ne? Als wären sie so ein Ebenorganismus, ne? Du, ja, und weil du das vorher erwähnt hast, diese Ari Esther, der hat doch jetzt erst zwei Filme, so richtig Kinofilme gedreht, ist doch jetzt erst zwei, ne? Genau, genau, und davor waren es viele Kurzfilme, die können wir ja mal alle angucken und auch mal besprechen, ich habe die noch nicht gesehen. Gibt es auch Filme, in denen keiner verbrennt? Du hast recht, ne? Weil das scheint, ne? Und ich sag mal, da sind wir auch schon bei den Parallelen auch zu Heredity, aber bevor wir dazu hinkommen, fiel mir noch ein zu sagen, da hast du mich jetzt quasi drauf gebracht, dass die Denny ja eigentlich regelrecht prädestiniert für diese Gesellschaft ist, ne? Weil, guck mal, sie macht sich doch offensichtlich mehr Gedanken um andere als um sich selbst. Genau, ja. Und stellt auch die Bedürfnisse anderer so ein bisschen über sich und verleugnet ihre eigenen oder stellt sie zurück. Und ist gleichzeitig verloren natürlich, also halblos. Ist gleichzeitig verloren, genau. Inwiefern jede Gesellschaft repressiv ist für den Einzelnen, also seine Freiheiten einschränkt, und inwiefern auch er damit einverstanden sein muss, so eine Art Gesellschaftsvertrag macht und so weiter, zugunsten des Besseren. Aber, dass das eben nicht entweder die totale Freiheit für den Einzelnen gibt oder die totale Systemordnung, dass diese Extreme natürlich immer schlimm sind. Und wenn es um das eigene Leben geht, also wenn man von seinen Mitgliedern verlangt, sich zu töten, also dann hat man natürlich schon, also dann ist man ja schon weit darüber hinaus. Kennst du auch so, aber nee, das war jetzt eine doofe private Frage, ich wollte schon fragen, ob du auch solche Frauen mit Schuldkomplex kennst, aber eine kennen wir auf jeden Fall aus dem Film, nämlich Heredity. Ja. Ja? Die Frau war doch genauso. Ja, stimmt, ja. Die kam zwar stärker rüber, ja, aber spätestens als sie in der Gesprächsgruppe war, in der Therapiegruppe, und dann erzählt, wie sie sich selbst Vorwürfe macht und Schuld und so weiter und so fort. Ja. Naja, die hat jetzt nur anders ausgedrückt. Und wer weiß, Florence Pugh, wenn die älter gewesen wäre in dem Film, also die Danny, vielleicht wäre die dann auch so geworden. Ja, ja, ja. Und was du sagst, verbrennen Parallele, dann haben wir auch so einen Okkultismus, also so eine Art Sekte ist auch die Parallele. Dann auch, wie das im Ende alles kulminiert, ne? Das Ende ist ja quasi eins zu eins. So ungefähr mit Opfern, alle stehen da, ein neuer ist und, 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 ne? Neu geheiligt, ne? Sie. Also, das ist schon, da sind schon viele, obwohl es doch was ganz anderes ist irgendwie. Viele parallelen, das stimmt. Ja, es ist einmal dieses finale Zusammentreffen auch bei Heredity. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade gemeint hast, im Baumhaus treffen alle wieder zusammen. Genau, ja. Und beim Midsommar, bei der Verbrennung im Tempel, kommen auch wieder alle zusammen, ne? Im Ganzen oder Halb oder so, aber es sind alle da. Genau. Und dann geht es jetzt hier um einen Zyklus auch, einmal den Lebenszyklus der einzelnen Menschen, also in dieser Gruppe, aber auch die Regelmäßigkeit dieser Rituale, wann die stattfinden. Und bei Heredity ist es ja im Prinzip auch so ein sich wiederholender Zyklus. Irgendwann braucht der Teufel auch einen neuen Wert und dann geht das Ganze wieder von vorne los, oder? Ja, stimmt, ja. Dabei fällt mir jetzt noch auf, das ist interessant, dass bei dem ersten Film das böse Besitz vom Menschen ergreift, also nicht ursprünglich irgendwo ein Teil von ihm ist. Ja. Und dass bei dem zweiten Film der Mensch, selbst verantwortlich ist, ne? Ja, hast du recht. Dass da keine Dämonen und so weiter eine Rolle spielen, abgesehen jetzt mal von den verdammten Drogen, die die da die ganze Zeit konsumieren. Der einen geilen Effekt schafft, ne? Das ist ja so ganz einfach gemacht, mit dem Gras, wie der in die Hände und Beine wächst und dann diese komischen Waden und so. Ja, gut, nee, das war gut. Dann diese Blumen zwischendurch, die so atmen und so, ne? Ihrer Krone, die sie auf hat und so weiter. Ja, ja, ja. Aber gerade auch am Anfang, wo du es jetzt sagst, ne? Wo dieses Gras da so in der Hand wächst, ne? Du, das kam ganz nah an mich ran, dieses Bild. Also ich will jetzt nicht sagen, ich hatte das Gefühl, es ist meine Hand, das ist klar. Aber es ging schon so in die Richtung, gell? Doch, doch, ne? So geht es mir normalerweise nur, wenn Leute von irgendwo runterspringen, weil ich so eine Höhenangst habe. Dann kann ich echt schon beim Zugucken in einem Kinofilm dieses Bauchgefühl, ne? Ja, genau, ja, ja. Und so ein bisschen in diese Richtung, mit so einer Ausprägung, war das schon auch, wo ich das mit dem Gras gesehen habe. Ja, hat er im Volle gehabt. Da gebe ich dir recht, so über den Gefühlen. Das Ganze, dass man da mittendrin war und auch den so erlegen war und sich fühlte, man kommt da nicht mehr weg und in diesem kleinen Welt da war und der Sekt hier nicht mehr entkommt oder weiß, dass man hier nicht mehr entkommen kann und alles so leicht für sich passiert. Und man nur noch darauf hoffte, ja, was passiert jetzt mit mir? Also mit denen, ne? Aber was passiert jetzt mit mir? Auf jeden Fall nichts Gutes. Und außer jetzt vielleicht unser Danny. Was wollte ich jetzt sagen? Oh, fuck. Außer unser Danny. Ah, du hast nämlich was gesagt und worauf wollte ich denn eingehen. Sonst machst du einfach weiter. Ich habe verglichen. Wiederholen der Zyklus, genauso wie bei Heredity. Ja, du hast Heredity. Ja, da wollte ich natürlich einmal darauf eingehen jetzt, weil wir es schon vergleichen. Ich habe ja gesagt, dass so beim dritten Mal gucken Hereditary irgendwie schon Slapstick-Komödie für mich war. Wenn man so könnte, man könnte es auch interpretieren, ne? Und das wird hier für mich beim Midsommar, jetzt beim zweiten Mal gucken, noch stärker. Also da könnte man, und manche sagen sogar, habe ich dann hinterher gelesen, dass manche sogar sagen, mit schwarze Komödie ein Teil, aber schwarze Komödie, das passt wieder nicht. Ich sage, es ist richtig Slapstick-Komödie. Alleine gehen wir jetzt, fangen wir beim Ende an. Also, ne, sagen wir mal, genau, wenn die Sex haben da. Und dann noch die Frau, erst mal die Situation an sich, okay, dann die Frau da hinten noch, die Ältere ihn noch mal reindrückt, hinten am Po fasst. Dann, er da sitzt. Warte, warte, was war das mit dem Po fasst? Erzähl nochmal, wie habe ich die Szene verpasst? Also, die haben ja diesen Geschlechtsakt mit den ganzen Frauen drumherum und da kommt gefühlt die älteste Frau und geht hinterher. Oh, jetzt weiß ich, was du meinst. Die noch von hinten anschiebt. Genau, anschiebt so. Oh Gott, weiter. Also, das ist doch, also eklig wie auch witzig, einfach nur gewesen. Oh nein, ja, okay, wenn man darüber lachen kann. Wie er schon aussieht und wie er guckt und so. Er guckt ja auch schon so komisch. Ja, ja, ja. Und dann hinterher, wenn er dann in diesem Bärenkostüm ist, das sieht auch so lustig aus. Also, das ist schon so. Da sieht er fast niedlich aus. Ja, das ist so alles. Ich meine, das sind auch noch ein paar andere Sachen gewesen, die ich jetzt vergessen habe zwischendurch, wo ich noch dachte, mir sicher war, dass es wirklich so ein bisschen ... Ja, mir fällt noch was ein. Also, zum Beispiel, als der Alte dann zu dieser Frau sagt, wir halten uns an die Verkehrsregeln. Ja, das war auch gut. Ah, 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 das fand ich, wenn sie so ... Okay, das war mit so, ja, das war ich doch. So, und dann, als man der Danny so einen Tee gegeben hat und sie dann mittanzen sollte. Und aufgrund des Inhalts dieses Tees fallen die Leute halt wohl scheinbar schneller um als sonst. Ja? Ja. Und da habe ich noch so gedacht, na ja, so ein kleiner Tee hat diesen Junkie nicht so schnell. Aber okay, das war jetzt kein offensichtlicher ... Das war jetzt Insider für dich sozusagen. ... Slap-Humor, ne, das war jetzt, ne, alles klar. Aber interessant, ich wollte mir den Film ja kein zweites Mal angucken, du weißt ja auch warum. Aber jetzt zeigst du mir, dass man damit sogar eine gewisse Distanz herstellen kann. Und vielleicht sollte ich mir den auch noch mal ein zweites Mal angucken. Auch wie das schwarze Bein dann aus dem Blumenbeet rausschaut und so am Ende. Und diese ganzen Sachen und wie die manche da, ich weiß nicht, das ist schon echt lustig. Und des Weiteren, wo du dir jetzt die Tanzszene angesprochen hast, die war ja auch wieder so gut. Dieses Kommune-Verführerisch, dieses ... Das ist ja so richtig der Übergang zu dieser Kommune, wo sie da rumtanzen. Und eigentlich so eine schwere Choreografie, wo ich immer denke, oh nein, und so weiter. Und ah, sie ist sogar für den Zuschauer ganz ersichtlich, wie man da tanzen muss. Und dieser Tanz so organisch ist, dass man automatisch, ohne dass man nachdenken muss, in diesem Tanz mit drin ist, ne? Wo sie da von der einen zur nächsten und zack und zack und dann auch das erste Mal fröhlich ist, weil sie da langsam halt so richtig, wie bildlich, wie auch körperlich damit reingesogen wird, in diesen Organismus der Herde. Also das haben sie auch gut visualisiert, wie auch verständlich und logisch dargestellt. Jetzt, wo du es sagst, ich stelle es mir auch schwierig vor. Tatsächlich ist das so, dass sie einerseits so fokussiert gezeigt wird und wir voll mitkriegen so, wie sie sich gerade fühlt. Und auf der anderen Seite sehen wir auch das Große und Ganze der Gruppe, die da am Tanzen ist, ne? Und sogar die Zuschauer. Also das hat jetzt alles eingefangen. Du hast recht, ja, ja. Weißt du, da habe ich mir jetzt gar nicht so Gedanken gemacht, aber ... Ja, wie gesagt, also ein zweites Mal gucken, dafür hast du ja schon viel gesehen. Also das Ding ist ja, überhaupt, wie alle mal handeln, was du sagst, beim Essen sitzen da alle. Das finde ich auch schon witzig. Keiner sagt was, keiner guckt. So, als wären die gar nicht echt, eben keine Videon, keine Menschen. Es ist so ein Ding irgendwie, ne? Wer reagiert, wer reagiert nicht. Und dann wären ja die Tische, ne? Dieses Muster, die Symmetrie, was er immer macht, ne? Ist in diesem Film ja extrem auch. Diese ganzen Muster, Bilder, Linien. Und die Kamera fahren von oben, dann runter. Am Anfang schon mit Danny und Christian, wenn sie sich unterhalten über diesen Spiegel. Er ist so weit weg und man schon checkt, da ist nichts mehr und so, ne? Weiter kann man nicht voneinander weg sein. Und auch wir sind Typen. Er ist der Mann auch so ein bisschen wie bei, eben was du schon verglichen hast, wie bei Hereditary von ihr der Mann, der irgendwie immer nur was sagt und macht, weil es ja so sein muss. Zwischendurch fragt, alles gut, alles gut, die Hand macht. Aber eigentlich überhaupt nicht interessiert ist und das nur macht, weil das seine Pflicht ist quasi, ne? Und sie das ja auch immer mehr dann merkt langsam, ne? Wenn sie sich auch von ihnen trennt. Und so ist auch jede Figur dafür irgendwie so ein bisschen stellvertretend für unsere Gesellschaft, ne? Der eine hat so ein bisschen Gier, will unbedingt das machen. Der andere ist so dieser, alles egal, Hauptsache Vögeln und so, dieses Wilde. Der andere ist der Konzentrierte und so, ne? So diese Eigenschaften. Ich kann das aber noch nicht genau definieren. Ne, ne, du hast recht. Unterschiedliche, ähm... Deswegen ist es auch, müssen die gar nicht so heftig charakterisiert werden, weil sie eigentlich nur für diese einzelnen Sachen stehen. Es sind nur Grundcharakteren. Genau, das ist nämlich absichtlich. Nur Grundcharakteren. Und die werden deutlich gezeigt. Und dadurch, ähm, erscheinen die Figuren jetzt trotzdem nicht zu simpel. Aber, äh, dadurch ist eine Konzentration gegeben und, ja, dadurch wird der Blick darauf geworfen, auf das, was du gesagt hast, ne? Dass die Stellvertreter sind. Genau, deswegen, weil manche haben noch mal kritisiert, ah, wir lernen ja gar nicht so richtig den Charakter Christian kennen, um ihn zu verstehen und so weiter, ne? Solche Sachen habe ich gehört dann hinterher nach dem Film, ne? Aber das finde ich alles gar nicht, äh... Ne, ne, ganz genau. Du hast aber... Die Aspekte, ja? Ne, du hast am Anfang, als du gerade im Vorgespräch kurz, ne, hast du noch gesagt, so, als du dieses Bild gesehen hast, von den Bären in der Wohnung. Das habe ich beim Wiedergucken, habe ich es dann gesehen, jetzt nur, weil du es gesagt hast, oder ich hätte es vielleicht auch so gesehen. Und du kanntest das Bild hier, glaube ich, die Illustration, ne? Ja, die ist von John Bauer, einem sehr bekannten Illustrator aus Schweden. Ach, das ist auch noch Schweden. Ach so, witzig, okay. Ja, der hat irgendwann mal auch so zu einem Märchen, ich komme jetzt auf den Titel nicht, die ersten Trolle und Feen und so weiter gemalt. Cool. Und die dienen heute noch als Vorlage. Also heute geht man davon aus, dass Trolle so aussehen, wie er sie illustriert hat. Ach geil, cool, das wusste ich nicht. Ne? Weil der ja auch dieses Krafttier, was es ja sein soll wahrscheinlich, ne, und für die Stärke der Frau dann steht, für sie dann auch, ne? Also dann so, dann denke ich mal, oder? Weil, also ich meine, in Indianisch und so weiter war ja immer der Bär irgendwie das Krafttier, ne, oder? Wurde es dann deswegen benutzt. Ja, wobei es in dem Märchen, in dem für dieses Bild illustriert ist, ist es ein übergroßer Bär, aber er wird von dem Mädchen als armer, kleiner, niedlicher Bär angesehen. Ah, okay, okay. Ja, in diesem Märchen. Also sie hat da sozusagen keine Angst vor. Aber du hast recht, eigentlich ist es so stellvertretend für die Kraft, aber auch zum Teil für das Böse, für das Gierige. Ah, okay. Okay, das passt natürlich auch, weil er dann in diesem Kostüm ist, ist auf der einen Seite der Niedliche eigentlich, ne, was du gesagt hast, aber er sieht eher niedlich aus. Ach ja. Das passt dann eher, ne? Das passt dann eher, stimmt. Ja, das passt ja. Und dass sie das dann losgeht und so und dann, ah gut, ja, ja, gut. Weil mit Krafttier hatte ich schon gedacht, ah, passt das so, weil sie soll ja nicht so super stark werden. Klar, sie soll sich emanzipieren von ihnen, aber eigentlich soll sie sich ja nur in diese Gruppe einfügen und dann darf sie sich ja quasi nicht emanzipieren, ne? Also das ist dann so. Auf keinen Fall emanzipieren, genau. Ja, dann passt das natürlich, cool. Ja, gut, das ist eine... Ja, ja. Ja, du hast recht, also das erklärt das mit dem, äh, ja. Letzten Endes ist es ja Dennis' Entscheidung gewesen, dass er geopfert wird. Sie hatte ja die Wahl, es gab ja die Option, er oder ein anderer. Oder habe ich doch richtig verstanden, ne? Und damit, ja, ist es irgendwo so und Danny wird ja auch ganz zum Schluss des Films gezeigt und irgendwo mit dem Anfang und des Ende des Films wird Danny so eine Art Alpha und Omega des Films, ne? Äh, sie steht irgendwo für uns schon im Mittelpunkt, aber jetzt in der Filmrealität erst mal nicht. In den Mittelpunkt gerät sie, als sie Maikönigin wird. Ja, da und am Rumtanzen ist und so weiter. Da ist sie plötzlich auch auf einmal im Mittelpunkt, wenn auch eben, äh, hauptsächlich dieser Gesellschaft, in die sie integriert wird, ne? So, und es geht halt damit los, dass die in ihrer Beziehung immer wieder mit einer Wahl konfrontiert wird, vor der sie davonläuft. Das war jedenfalls so mein Eindruck. Und das gipfelt ja irgendwo auch teilweise so in, 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 in Szenen, wie, äh, als Christian ihren Geburtstag vergisst und ihr sagt, das wäre ihre Schuld, weil sie nicht daran erinnert hat. Ja, wie traurig ist das denn? Ja. Und dann schließt sich eine Farce mit dem Kuchen an, die sowas von peinlich ist. Und auch sinnbildlich, ne? Für das alles und so, ne? Ja, dass man sich echt schon schämen könnte. Und während er ihr den Kuchen darbietet und versucht, die Kerze anzumachen, sehen wir dann auch noch zwischendrin, ein Stückchen weiter hinter, sehr gut, hat er auch gesehen, ja. Ne, diese, ja, sinnbildliche Harmonie mit dem kleinen Kind und das totale Lebensglück, was sie da gerade ausstrahlt und so, ne? Und, äh, eine Verbindung sozusagen. Ja, und zum Schluss bläst sie sozusagen eine Kerze aus, die nicht mal brennt, in diesem Kontrast mit den Leuten, die man da im Hintergrund sieht, ja. Und erst, als sie nicht mehr alleine ist, beziehungsweise als sie da in der Herde integriert wird. Ja, so langsam mit den Frauen, ne? So macht, beckt und so. Während des Tanzes eigentlich hauptsächlich. Ja, aber es ging vorher schon so langsam an. Da hat sie schon so ein bisschen gelächelt. Da kam so erst, sah man schon so die weiße Schürze kam, so das erste weiße Teil, weißt du? Da denkt man schon so, dann backt sie da und so macht sie. Ja, 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 genau. Genau, sie macht aktiv mit. Ja, die Männer lassen sich eigentlich nur bedienen oder so. Aber sie macht aktiv mit. Und ja, und letzten Endes auch durch die Sprache irgendwo. Also als sie plötzlich die Sprache versteht, ja. Am Anfang des Films spricht hier jemand in dieser Dorfsprache. Und die sich wie Schwedisch anhört. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt Schwedisch ist. Also ich verstehe Skoll und das sagen die, das ist das einzig Schwedische, was ich kenne. Ja, Skoll, okay, ne? Aber ich habe fast das Gefühl, da haben die sich was eigenes ausgedacht. Ja, oder Dialekt oder so. Keine Ahnung, da müssen wir mal gucken, das ist recht. Wir hätten auch mal gucken sollen. Egal. Den stell dir mal vor, in Schwedisch schaut den Film, dann würde er diese Menschen verstehen. Und schwuppdiwupp wäre der Effekt etwas verloren, dass diese Menschen im Prinzip Traktor und gesichtslos sind. Durch das, was sie sagen. Ja, das ist was du meinst. Ja, aber das wird ja auch meist übersetzt. Ob er soweit gedacht hat, der Ari, keine Ahnung. Aber jedenfalls, wir verstehen es nicht. Und sie versteht es auf einmal. Und am Anfang ist es ja so, dass jemand eine Rede hält, eine Begrüßungsrede, und dann auf Englisch umswitcht, weil er niemanden ausschließen will. Und hier sieht man, dass jetzt dieser Ausschluss bei Danny nicht mehr so gegeben ist, weil sie ja sogar die Sprache spricht. Das war auch so ein klares Zeichen dafür, dass sie jetzt voll integriert ist. Ob sie es wirklich spricht, ist natürlich auch so eine Sache, weil die da diese Drogenintus hat und ob sie das sich nur vorstellt oder es ist ja ganz komisch wir, das kann man ja gar nicht so richtig einordnen, jetzt mal so realistisch gesehen. Aber ja, sie tut es unfällig. Ja, und was man alles meint, was man kann, wenn man Drogen nimmt, das ist ja auch immer so ein Ding. Das stimmt. Und naja, auf jeden Fall, sie wird ja dann auch weiterhin konfrontiert wegen Danny, also jetzt in Bezug auf die Beziehung. Ich meine, letzten Endes, diese letzte Konfrontation war aus meiner Sicht, als sie ihn dann da mit der Tussi beim Sex sieht, zuschaut. Na, oder? Auf jeden Fall. Und der hat sie sich aber gestellt, weil sie wusste, was sie erwartet. Das war doch wohl klar, oder? Ich hätte ja gar nicht so den Drang gehabt, danach zu schauen. Und sie ist nicht davon gelaufen, sie hat nicht darauf verzichtet, sich das anzuschauen, sondern sie hat sich dem gestellt, sie hat sich der Wahrheit gestellt, sie hat sich damit konfrontiert. So. Ja. Soweit war sie dann schon. Und wahrscheinlich eben auf der Grundlage, dass sie jetzt nicht mehr alleine war. Dass sie jetzt auch eine andere Perspektive, eine Sichtweise darauf haben konnte. Vorher war sie gedanklich immer nur bei Christian, jetzt nicht mehr. So. Und letzten Endes hat sie dann auch eine Entscheidung getroffen, eine Konsequenz. und so wie sie guckt, ich meine, ich weiß nicht, ob sie jetzt glücklich geschaut hat, wie man das interpretieren soll, aber möglicherweise, weil sie jetzt doch von all dem Leid befreit, was diese unerfüllte Beziehung für sie mit sich gebracht hat. Und sie stand ja sowieso auch total im Mittelpunkt als Mai-Königin. Ja, das ist ja das Interessante. Irgendwie ist sie dann doch was Besonderes erst mal. Aber gehört dazu. Ich meine, das ist ja auch wieder lustig, dieser Hut und dann hinterher dieses ganze Blumenkleid, was sie da anhat. Da geht es auf einmal farbig. Da wird es auch einmal farbig. Ja, farbig und auch zum Tod aber das recht genau, da wird es immer so richtig bunt, weil sie gerade auch das Besondere und Aufblühende und ist ja Frühling, Mai, dass sie dann wirklich ja, wiedergeboren ist und so, als Teil dessen. Ja, genau, wiedergeboren. Ach Mensch, ist das der Grund, warum der Pele sie dann nochmal zeichnet? Kann sein. Oder er hat ja bei der ersten Zeichnung gesagt, er macht das, weil sie Geburtstag hat, um den Tag ihrer Geburt sozusagen zu ehren oder irgendwo so. Und jetzt macht er nochmal so ein Bild, das deutet vielleicht tatsächlich auch darauf hin, dass das eine Art Wiedergeburt ist sozusagen. Interessant ist halt noch, also jetzt vom Aufbau her, wir als Individuen, wir leben ja auch in einem Kontext, in einem sozialen Kontext und man kann einzelne Menschen ausmachen in unserer Gesellschaft, dann gibt es die kleinste Gruppe, das sind die Zweiergruppen, irgendwelche Paare und so weiter, dann darüber hinaus die Familie, dann irgendwo die Sippe aus mehreren Generationen bestehend, dann irgendwann die Dorfgemeinschaft und so weiter und so weiter und unsere Gesellschaften sind ja ziemlich groß geworden, ja, bis hin zu einer Art globalen Gefüge jetzt sozusagen, ja, und so ist es ja in diesem Film auch, wir gehen jetzt von Danny aus als Einzelperson, dann im Kontext mit Christian und so weiter und so weiter, dann kommt diese Dorfgemeinschaft dazu und dann eben, wie auch immer, was dann da so abläuft, ähm, ja, und, äh, und, und wenn wir jetzt, äh, Danny hatten und, und ihre Beziehung mit diesem Christian, äh, dann kann man ja noch mal sich die Besucher selbst mal einfach angucken, ja, also du hast vorhin gesagt, dass so eine Art Grundcharaktere, ähm, rüberkommen von denen, äh, die lernen wir kennen und, äh, dann hast du auch schon irgendwie was dazu gesagt, äh, wie die so drauf sind, ne, verstärkt wahrscheinlich auch durch die Drogen, die sie nehmen, stellt aber auch schon diese kleine Gruppe, äh, ähm, einen Gruppenzwang her, am Anfang, als die irgendwelche Pilze essen wollten und Danny wollte es nicht, da wurde sie schon dazu gedrängt, das auch zu machen auf eine komische Art und Weise, ne, ah, wenn du sie machst, mache ich auch nicht, der sagt es aber laut, das hieß auch den anderen und laut, ja, dann müsst ihr auch warten und so, so setzte sie wieder unter Druck, das war voll fies, dass sie dann doch sagt, irgendwas doch, also das fand ich schon von ihm so doppelt, dreifach trickreich, wie schlimmer als die Kommune da, als die Herde. Ja, und witzig ist doch auch, dass die jetzt, wenn sie ihre Drogen nehmen und sich dabei irgendwo selbst vergessen, scheinbar auch eine Art Gemeinschaft anstreben, denn der eine sagt, ja, wir wollen den Trip doch gemeinsam, ne, und nicht der eine jetzt und der andere später, sondern wir wollen diesen Trip doch gemeinsam haben, sozusagen, ne, aber letzten Endes, also insbesondere Christian, bei dem kommt das besonders zur Geltung, aber den lernen wir auch besser kennen, kommen die mir schon vor, ja, so eine Art vollendete Trostlosigkeit, nenne ich das jetzt mal, ne, also der Christian, der schwimmt für mich im Meer der Trostlosigkeit rum, das überhaupt kein, ohne irgendwie einen Ufer auszumachen, und bis er dann irgendwo, dann, ähm, sein Ding irgendwie finden will und dann, äh, das Projekt eines anderen, äh, zu seinem Ding machen will, also er will ja dann dasselbe machen wie der Josh, ne, bisschen differenziert, vielleicht ein bisschen anders, aber, letzten Endes, klaut er ihm sozusagen die Grundidee, dass das ein Thema sein kann, mit Sommer und so weiter, ne, da siehst du, was das für ein, äh, trostloser High-O-Pei letzten Endes ist, also der Schwarze wollte ja auch dahin gehen und das Buch klauen nachts, ne, der andere pinkelt da rum und will eigentlich nur vögeln und saufen, das jetzt sonst gar nichts, hat keinen Respekt, ne, diese Respektlosigkeit, sondern so ein Wirrwarrtyp, wie man hier in der Gesellschaft kennt, dann eben der Schwarze, der nur auf, auf machen, machen, fixiert ist, ne, auf Perfektion, arbeiten, arbeiten, ne, egal, kostet es, was es wolle, dann der andere, der einfach nur egoistisch ist, im Sinne von, den anderen egal sind, aber irgendwie auch nicht, ähm, richtigen Charakter hat oder so, ne, also der Christian, der auch so, wie sagt man, kein Rückgrat hat irgendwie so, ne, der hat keine Haltung, kein Format, da kann die Danny lange drauf warten, dass der mal endlich Stellung bezieht, das ist so ein Typ, der so lange wartet, bis die Frau das Leid nicht mehr erträgt, sich entweder umbringt oder selber Schluss macht, so ein Typ ist das, das heißt, ne, kann keine Haltung beziehen und das gilt aber auch für die anderen, ich meine, da hatte keiner Bock drauf, dass die, dass die mitkommt, naja, das ist, die haben sie jetzt einfach so zugelassen mitgemacht, der, der Josh, der, also diese Anthropologiearbeit schreiben wollte, der hat hier sowieso zu allem irgendwo so eine Art distanzierte Beobachtungsperspektive, das ist so die Eigenschaft des Menschen, die jetzt da sind, alle so diese, das ist diese studisierten und dann war nochmal in externer Form, weil das ja für sich ein Individuum ist, wie du sagst, ne, diese übertrieben verliebte Pärchen da, die nochmal für sich stehen, ne, die zwar zueinander halten, aber auch nicht nur so ein kleiner, kleines Universum sind und, äh, dann auch weg wollen und alles, ne, und dann aber sofort, ja, erledigt werden, so oft gruselig, das fand ich auch gruselig, wo du dir sagst, das war so witzig, dass die mit Autofahren die Regeln beachten, ne, dass die eine sagt, der andere ist weg schon und das kann nicht sein und, ne, du wirst dann auch gebracht und alles und das war so gruselig und hier ist halt die Kamera auch, die Kamera ist immer ganz nah eigentlich bei Danny am Anfang auch, ne, immer aus ihrer Sicht alles und die wechselt dann auch zu jedem und bei ihr ist aber immer ganz nah dran und, äh, dann geht die Kamera immer weiter weg, man sieht so auch, wie zum Beispiel dann Josh und, äh, Christian, die stehen ganz weit voneinander weg, wenn sie sich da immer weiter von der Liste ziehen und jetzt zum Beispiel in dem Fall eben wie diese Arbeit, weil er sagt so, ich schreibe die Arbeit auch, und das stehen immer weiter auseinander, ne, und hinterher ist es so, die Kamera ist dann ganz weit weg von den Figuren und geht immer weiter weg, äh, je näher sie ihr am Ende kommen, das ist halt dieses Ding auch, ne, so hab ich's so ein bisschen gefühlt und gesehen, ne, das jetzt nur, ne, ey, cool, oh Mann, da müsste ich echt nochmal immer verlorener sind, ja, cool, 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 ja, äh, wenn man sich richtig da in dem Moment reinversetzt in diese Frau, ja, die plötzlich erfährt, dass der Typ sie alleine gelassen hat, schon mal losgefahren ist oder sonst was, ne, äh, dann merkt man aber auch, dass die in dem Moment vielleicht doch eine gewisse Angst hatte, das Offensichtliche auszusprechen, nämlich, äh, ihr wollt uns wohl verarschen, so nach dem Motto, ja, weil die hat wahrscheinlich kein Wort von dem geglaubt, hat es aber, sie, ne, ich glaube, sie hat nur gesagt, das kann, also, sie hat jetzt immer so positiv gesagt, sie hat nur gesagt, nein, das würde er nie tun, nicht, dass die lügen, sondern nur, dass es würde er nie tun, ne, also sie hat das schon so, wie sagt man, diplomatisch ausgedrückt. Ja, genau, sie wollte anscheinend auch selber verhindern, dass die sich selbst die Blödsinn geben müssen, ja, aus Angst davor, wie sie dann reagieren und so weiter, dieses Ungewisse und so, ist eine brutale Situation, wenn man sich da richtig reinversetzt, ne. Ja, deswegen, ich habe da voll mitgefühlt, so, das war irgendwie, obwohl man die gar nicht kennt, haben wir das richtig gespürt, so. Diese Menschen, die scheinbar keine starke Haltung haben, und jetzt kommen wir auf diese Frage, die du mir ganz am Anfang gestellt hast, die werden jetzt konfrontiert, mit dem ersten Ritual und auch mit den weiteren Ritualen, damit stimmen sie ja nicht überein, also die haben ja schon Schwierigkeiten, damit klar zu kommen, ne, allesamt, bis auf diesen Markus vielleicht, ich meine, der scheint ja wirklich eine lockere Art und Weise zu haben, nimmt alles, wie es ist und gewinnt den verrücktesten Sachen einen Unterhaltungswert ab, also der Markus, der auch am Anfang schon sagt, oh, wie toll sehen die Frauen hier aus, und so weiter und so fort, aber deswegen ist er vielleicht auch nicht da, damit er das nicht sieht, weil wir nicht, seine Reaktion wäre vielleicht übertrieben hysterisch gewesen auch, weißt du so. Genau, und es reicht eigentlich auch schon, wenn er dann so fragt, so enttäuscht, wieso habt ihr mich nicht geweckt? Ja, weil er was verpasst hat, ne, weil er diese, Dinge nicht hatte, und, ja, also, jetzt werden die konfrontiert, und du hast ja auch schon erwähnt, es gibt dann verschiedene Möglichkeiten darauf zu reagieren, in der Ablehnung, indem man wegläuft, oder, mit denen darüber redet, oder so, diskutiert, wie auch immer, aber das findet alles nicht statt, es wird zum Teil ignoriert, und irgendwie arrangieren sich dann letzten Endes alle damit, und zwar, indem sie das quasi relativieren, so eine Art Kulturrelativismus, ja, also, sie nehmen keine Stellung ein, sie beziehen keine Stellung, sie kommen ohne Haltung rüber, die sie dem entgegensetzen könnten, und, haben also auch überhaupt keine Kritik daran, und, da ist dann, da wird dann schon ein Thema aufgeworfen, ja, über das schon viele sich einen Kopf gemacht haben, nämlich, wenn wir sowas sehen, sollen wir dann aus Respekt davor, dass das eben eine andere Kultur ist, eine andere Gesellschaft ist, sollen wir dann sagen, ja, ist das halt eine andere Kultur, ne, lass die mal machen, wir müssen uns hier anpassen, wie Christian auch schon so sagt, oder, äh, oder, sehen wir unsere eigene Moral, die wir haben, und, äh, wollen die durchsetzen, und wirken dann sozusagen, äh, darauf ein, und so weiter, ne, also, und geben uns, und, und machen unsere Ablehnung, sozusagen, deutlich klar, ja, äh, da haben ja schon viele Philosophen darüber nachgedacht, und der Punkt ist, man geht davon aus einfach, dass es so etwas wie eine, äh, universelle Moral gibt, die für alle Menschen gleichermaßen gilt, äh, das Recht auf Selbstverwirklichung, das Recht auf Leben, und so weiter, und so weiter, und, ähm, und dass es nie gerechtfertigt ist, äh, das zu untergraben, äh, äh, das heißt, man hat dann auch das Recht, ähm, auch mit Gewalt auf eine andere Kultur einzuwirken, wenn sie, äh, davon abweicht, ich meine, bestes Beispiel, ne, die Amis gehen in den Zweiten Weltkrieg, wollen die Nazis platt machen, ne, äh, auf der anderen Seite, sie gehen nach Afghanistan, und dann hört man schon wieder die Stimme, lass sie doch machen, was sie wollen, ist so nicht eure Angelegenheit, und so, ja, es ist schon so ein kleines Dilemma, ne, was, was ist denn da jetzt richtig, gut, aber die meisten Philosophen sind der Meinung, dass es eine universelle Moral gibt, und dass man die halt definieren sollte, oder beschreiben muss, und dann auch, dann verlangt, äh, dass sich alle daran halten, und dann haben wir die, dann haben wir die Genfer Konvention, und, und was weiß ich nicht, Ja, aber jetzt sagst du, ich meine, du hast jetzt hier die Amerikaner im Krieg, äh, genannt als Beispiel, aber ich würde jetzt eher vergleichen, Sachen wie in afrikanischen Dörfern, wo noch die Mädchen dann mit dem Messer beschnitten werden, wo, äh, irgendwelche Frauen, äh, gesteinigt werden, oder solche Sachen, ne, und das ist auch schon sehr alte Kulturen, die auch so was körperliches haben, und so, ne, und das ist halt echt schwierig, ne, also, das sind halt diese Dinger, ne, aber egal, ey, komm, das ist jetzt, da kommen wir zu weit weg, aber das ist natürlich genau gut da drin gezeigt, das muss ich echt sagen, stimmt, das ist ein guter Vergleich dann, ne, Ja, und die Gesellschaft selbst, ähm, rechtfertigt sich auch ein bisschen indirekt, äh, durch eine abstrakte Sache, die ich jetzt mal, äh, Naturbalance nenne, oder Naturrecht sogar, äh, dem sie folgen, weil sie die totale, vollkommene Balance erreichen wollen. Die Zahl 9 spielt ja hier eine große Rolle. Ja, hab ich gar nicht gesehen, sag mal. Also, äh, also, äh, einmal in einer Rune, wo, äh, die, äh, Danny quasi der Mittelpunkt ist, dadurch wird die 9 dargestellt, dann sind es 90, äh, Jahre für das Ritual, ich glaub, das Ritual selber dauert auch 9 Tage, es sind zum Schluss 9 Opfer, und so weiter und so weiter und so weiter und. Und, was steht da? Ja, und, ähm, äh, da, also die Zahl 9 hat in verschiedenen, äh, Kulturen der Menschheit schon irgendeine Bedeutung gehabt, ja, äh, alle möglichen Sachen, das ist die größte, äh, äh, ja, verstanden, damit er das auch wieder andeutet, dass das allgemein meint und so, kulturmäßig und auch noch mal damit, äh, und genau, Kabalisch bedeutet die 9, die vollkommene Ausgewogenheit, die vollkommene Balance. Ja, gut, das ist ja genau Sinn. Ja, und am Anfang labern die ja auch unter Drogenkonsum, also wenn sie das erste Mal, das, äh, diese Pilze futtern, auch davon Einklang mit, der Natur und Balance und so weiter und so weiter. Tatsächlich ist die Gruppe ja auch darauf angewiesen, immer wieder Frischblut reinzukriegen. Ja, ja, das war so witzig. Um zu überleben. Ja, man verfragt so. Und, äh, und genauso darf es auch keine Überbevölkerung geben, wegen der Versorgung. Es muss alles irgendwo auf einem Nenner irgendwo so bleiben. Und das haben sie ritualisiert. Und dafür gibt es keine Machtstrukturen, bei denen jetzt irgendwelche einzelnen Leute Macht ausüben, denn die korrumpiert ja so gut wie immer, sondern es ist vollkommen systematisch. Es ist das System selbst. Da kommt keinem auf die Idee und sagt, ja, hier, das liegt jetzt an Justus Franz, der war so egoistisch, der wollte das und das, der war korrupt oder sonst was. Nein, da gibt es gar keinen Spielraum für den Einzelnen, selbst wenn er irgendwo eine Weisungsbefugnis hätte oder so, weil er Zeremonienmeister ist oder so was, keine Ahnung, oder die Maikönigin, die in eine Entscheidung fällt. Alles ist geregelt, alles ist ritualisiert, alles ist systembedingt sozusagen. Also es ist schon irgendwo so eine Utopie, also eine Art perfektes System letzten Endes. Ein Selbstläufer irgendwo, muss man ganz klar sagen. Es gibt ja Filme, die versteckte Hinweise geben darauf, was jetzt als nächstes passieren könnte. Oder einen groben Hinweis, so nach dem Motto, jetzt geht es los oder jetzt passiert das. Auch schon im Konkreten und so weiter, irgendwelche Symbole werden gezeigt und so weiter. Wenn jetzt der Christian in diesem Raum ist, wo die Bilder irgendwo gekachelt an der Wand zu sehen sind und da eine Frau mit ihm redet, die erstmal auch so rüberkommt wie das Orakel. Eigentlich ist ja dieser Inzest-Bobby das Orakel, wenn man so will. Der ist ja der, der die ungeschminkte Wahrheit sieht, ungehindert und so. Also, aber diese Frau kommt ja auch schon so irgendwie wie so eine Botschaft darin rüber, wie in dem Film Matrix. Und dann sitzt er da und guckt genau auf eine Kachel drauf, in der zu sehen ist, wie ein Bär verbrennt. Du, das hätte man doch gar nicht verstehen können. Erst im Nachhinein, wenn einem das wieder einfällt oder beim zweiten Gucken, ist das sozusagen ein Hinweis. Aber so, ja, da sehe ich diesen Bärenbrennen, ja, es ist, da wird was verbrannt. Das Bild brennt sich doch ein. Also es ist doch so witzig, dass die ganz am Anfang sehen wie ein Bären. Ja, aber welchen Sinn hat das denn dann, wenn ich dann aber trotzdem nichts damit anfangen kann? Ja, weil hinterher kommt dann ein Aha-Effekt. Und dass wir sehen, das war schon sein Schicksal, was er da sieht. Und dass alles da rituell reingehört und überall schon zu sehen ist. Genau, am Anfang sehen wir den Bären schon. Einmal ganz kurz und danach nie wieder. Aber jemals denkt man ja, muss mit diesem Bären passieren. Irgendwas muss da passieren. Dann sehen wir wieder den Bären, aber an dieser Wand. Mit ihm da, ne? Und so, deswegen, also man stellt sich dann doch, so was du sagtest, da ist jetzt keine Dunkelheit und man stellt sich nichts vor, aber wir haben dafür andere komische Sachen, wo man die ganze Zeit drüber nachdenkt, was hat das da zu suchen, ne? Ja. Und die ganzen... Ganz am Anfang schon das Bild. Ist ja auch schon ein Hinweis auf das Geschehen. Ja, und deswegen muss man denken, der Bär kommt die ganze Zeit dann vor. Irgendwas muss da bedeuten, wenn man es dann bewusst sieht oder nicht. Ja, und was ich nicht kapiert habe, am Anfang war auch, als sie da so durchs Dorf laufen und dann sehen sie auf Leinen gemalt irgendwie so diese Geschichte. Und dann sehe ich eine Schere und eine Vagina und so, ne? Ja, ich denke, was ist das denn? Die hat sich doch wohl hoffentlich nur die Haare abgeschnitten, ne? Ja, und hinterher sieht man es ja dann, ne? Und hinterher ist dann dadurch aber klar, als man dann das Schamhaar in seinem Glas sieht, ja, dass da ein Bezug ist und dass das so eine Art Liebesmanipulation darstellt. Viel ekelhafter fand ich, ne? Ja, als man dann die ganzen Gläser sieht und die anderen haben eine gelbe Flüssigkeit drin und bei ihm ist das Orang. Also da habe ich gedacht, scheiße, was hat die denn da reingetan? Ich will es jetzt gar nicht laut aussprechen, ey. Brutal, ey, ekelhaft. Und fandst du, das war letztendlich dann im kurzen Stichpunkt nur Horrorfilm, ja oder nein? Ja, wenn einer sagt, das ist ein Horrorfilm, dann kann ich das nicht bestreiten. Aber es ist schon ein mehr als nur Horrorfilm und trotzdem kann man es diesem Genre zuordnen. Es ist zwar kein Weglaufen vor irgendwelchen Monstern oder keine Ahnung was oder vor anderen Fantasiegebilden, aber es war schon sehr grausig. Jetzt auch diese Überlegungen, die wir hatten in Bezug auf Gesellschaft und so weiter, ja? Das war ja, Entschuldigung, eins noch, also, die hatten überhaupt keine Chance. Weißt du, ganz langsam, Schritt für Schritt, ja? Wie eine Maschine, wie ein Fließband reißt sich diese Masse irgendwo, da diese Besucher ein nach dem anderen, wird einverleibt und nutzbar gemacht. Und die hatten überhaupt keine Chance. Überhaupt keine Chance. Ja, schlechter oder besser als Hereditary? Das würde ich nicht sagen. Also, wenn ich mich unbedingt drauf festlegen müsste, ja, dann würde ich sagen, der zweite Film ist besser. Ja, ich würde auch sagen, die sind gleich gut. Ich würde auch schon fast sagen, der zweite ist fast ein Ticken besser, aber ich sage mal, die sind echt auf gleichem Niveau und das würde schon was heißen für die ersten zwei Filme und, ja. Er ist anders. Er ist halt anders, genau. Trotz so vieler Parallelen. Dass jemand mit seinem Debütfilm schon so einen Erfolg hat und dann etwas hinterherwirft, was dem nicht nachsteht und dennoch nicht irgendwie eine Kopie ist. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, wo ich mich frage, hat das mit dem Regisseur persönlich zu tun, dass die Leute da alle brennen müssen und dass jedes Mal eine Frau vorkommt, die so ein Schuldkomplex hat. Haben wir ja schon geredet, oder? Ist das vielleicht mit seiner Mutter so gewesen oder so, oder hat er eine Freundin gehabt, die so drauf war und dem wird jetzt ein Film nach dem anderen gewidmet, ne? So, aber wir hatten ja letztes Mal gesagt, bei Redditary, ne? Hatte 10 Millionen gekostet und 80 eingenommen. So. Ich dachte 120. Du hattest 120 getippt. So, was tippst du jetzt hier? Kosten und Einnahmen? Ja, ich, äh, so wie ich dir jetzt diesen Regisseur einschätze, ja, hat er sich jetzt wahrscheinlich vorgenommen, immer bei 10 Millionen zu bleiben. Also, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich denke mal auch, das hängt auch vom Wetter ab. Und diese Florence Pugh, oder wie die heißt, habe ich das richtig ausgesprochen? Die, äh, wird auch nicht so billig gewesen sein. Die hatte schon einen Bekannter jetzt gerade mittlerweile. Ja, jetzt schon, aber vorher nicht. Also, in dem Jahr hat sie halt auch Little Women gedreht und dafür wurde sie dann Oscar nominiert. Okay. Hervor hatte sie eigentlich nur Kleinigkeiten, also, aber... Würdest du sagen, dass sie jetzt in diesem Film eventuell Oscar-verdächtig sein könnte, oder ist das doch nicht so super herausragend? Doch, die ist schon herausragend. Aber es ist halt vielleicht doch ein bisschen viel und dafür, äh, nicht, äh, nuanciert genug. Also, beziehungsweise, so viel gibt der Charakter dann doch nicht her. Zwischen glücklich sein, heil sein und traurig sein. Richtig. Wie gesagt, die Grundmotive werden gezeigt und so soll es auch sein. Ja, alles andere... Genau, also, was schätzt du? Ja, dann sag ich jetzt einfach mal, äh, zehn Millionen. Oder er hat vielleicht den Ehrgeiz... Jetzt entscheide dich! ...durch! Nicht oder, immer eine Sache. Zehn Millionen sagst du, hat es gekostet. Oder, oder sogar drunter, wenn er den Ehrgeiz hat. Drunter, meinst du, will den Ehrgeiz? So schätzt du den ein. Okay, soll ich dir sagen? Ich schätze den ein. Der wollte nicht mehr Geld... Ja, oh, jetzt kommen 50 Millionen. Neun, neun Millionen! Gut, ja! Nein, ehrlich! Eine Million drunter nochmal. Bei deinem zweiten Film, wo man denken müsste, jetzt, ne, viel mehr... Und was schätzt du, was er eingenommen hat? Ja, wie lange läuft der Film denn schon? Ist das schon so lang? Ach, der lief 2019, lief der. Ach so, okay. Weißt du was? Ich halte ihn zwar im Zweifel sogar für besser als Heredity. Vielleicht, weil er mich mehr zum Nachdenken gebracht hat. Das kann gut sein. Weil er auch so viel philosophischen Inhalt drin hat. Aber vielleicht ist das doch gerade der Grund dafür, warum er mit diesem Film weniger reingespielt hat. Also ich würde sagen, weniger als die 80 sogar. Aber so viel weniger kann es ja auch nicht sein. Also ich bin mal ganz vorsichtig. Also ich wollte gerade sagen 60, aber das ist ein bisschen wenig, oder? Mach frei! Ich sag jetzt was! Ich lege mich jetzt fest. 60 Millionen. Ich weiß es ja. 50? Nein! Ehrlich! Ich hätte gut getroffen, Alter. Ist aber besser. Gut. Ja. Ja, 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 ja. Ja, nee, das war ja jetzt nur so... Ja, aber trotzdem, die Richtung hast du ja schon mal, ne? Was hätte ich... Es ist voll schwer. Aber ich finde es jetzt lustig, da mit zu raten, why not, ne? Ich meine, von wem kann man da verlangen, das da richtig einzuschätzen, ne? Man weiß das nie, was da noch hinter steckt oder nicht oder Pech oder Glück hatte. Aber man hätte schon meinen müssen, im zweiten Film wird mehr einnehmen. Und es war aber halt nicht so, weil die meisten dann doch mundpropagandamäßig enttäuscht waren, ne? Also weil sie mehr Horror erwartet haben und halt grundsätzlich so der Tenor war, der ist schlechter als Hereditary auch, ne? Weil, wenn das wirklich, auch nur zu 80 Prozent alles sein Ding ist, dann ist der Typ doch genial. Da kannst du gar nichts mehr gegen sagen, oder? Ich finde den Film ja auch mehr oder weniger perfekt, ne? Also das ist das Ding. Und der Typ ist geil. Wir können ja mal... Ja, rein filmisch betrachtet. Wir können den ja mal einladen. Vielleicht kommt der ja im Podcast. Dann können wir ihn das mal fragen. Schreib ihm mal eine Mail. Bestimmt ist der so cool und sagt ja, wenn ich... Gut, Ralf. Dann war es das erst mal. Hast du schon eine Idee für den nächsten Film? Auch einen Horrorfilm? Ja, ähm... Nee, äh... Hast du was? Ja, ich hab was. Oh, gut. Oh, gut. Ich würde sagen, wir gucken auch was Horrormäßiges, aber geht ein bisschen in eine andere Richtung. Aber genauso künstlerisch und quasi perfekt. Ähm... Jorgos Lantimos. Regisseur? Jorgos Lantimos. Griechischer Regisseur? Lantimos. Ach, Jorgos. Alles klar. Und, ähm... Ich suche einen seiner Filme raus. Er hat erst vier, glaube ich, gemacht. Und, äh... Den werden wir als nächstes besprechen. Okay? Und dann werden es einer der Filme sein. Dogtooth, äh... Lobster oder Killing of a Sacred Deer. Einer von denen, die so ein bisschen so... Ich nenne es mal Horror jetzt, aber auch so und menschliche Abgründe geht. Lobster hört sich gut an. Ah, Lobster ist schon eine schwarze Komödie. Aber gut, den lassen wir vielleicht doch raus. Okay, nee, dann... Aber der ist auch gut. Mach du die Baustelle. Ich... Wir machen jetzt einfach Dogtooth oder Killing of a Sacred Deer. Ich werfe nachher in der Münze. Gut, Ralf, dann sage ich Dankeschön. Danke an die Zuh... Was? Revief doch jetzt? Achso. Ja, okay. Komm. Danke, danke schön. Danke an die Zuhörer. Danke, Ralf. Bye. Hey, du. Das heißt Tschüss auf Schwedisch. Oh mein Gott. Ciao. Hey, du. Haha. Tschüss.